In der Spintronik sehen viele die Zukunft der Informationstechnologie. Warum eigentlich? Die elektronischen Computerchips von heute stoßen an ihre Grenzen. Informationen werden verarbeitet oder gespeichert, indem man elektrische Ladungen transportiert. Dabei entsteht Wärme, die aufwendig wieder abgeführt werden muss. Das heißt, unsere digitale Welt verbraucht ziemlich viel Energie. In der Spintronik dagegen müssen Elektronen nicht wandern. Es werden nur ihre magnetischen Momente, die Spins, verändert. Das heißt, es werden nur noch kleinste magnetische Zonen oder auch nur einzelne Spins umgekippt. Und diese neuen magnetischen Muster bleiben von alleine stabil, ganz ohne Strom. Darum braucht die Spintronik viel weniger Energie und erzeugt praktisch keine Abwärme. Am Helmholtz-Zentrum Berlin erforschen wir, wie sich solche magnetischen Zonen in Materialien erzeugen und kontrollieren lassen. Dabei betrachten wir ganz verschiedene Materialklassen, zum Beispiel topologische Isolatoren oder Kohlenstoffstrukturen wie Graphen oder Dünnschichtsysteme aus unterschiedlichen Metalloxiden. Wir wollen verstehen, welche quantenphysikalischen Prozesse an den Oberflächen und Grenzflächen der Materialien ablaufen. Dann können wir lernen, sie zu kontrollieren. Unsere Syncotron-Quelle Bessi 2 ist dafür das ideale Instrument. Die weiche Röntgenstrahlung, die sie erzeugt, ist das perfekte Werkzeug, um verborgene Prozesse in Dünnschichtmaterialien sichtbar zu machen. Sie liefert uns eine präzise Landkarte der magnetischen Muster und hilft so bei der Entwicklung von neuen energieeffizienten IT-Materialien.